So, dann kommen wir natürlich wieder heute am 3. Oktober 2017, 1737, wieder zu einem ja, monatlichen PSN kostenlosen Spielen. Dazu gehen wir natürlich auf den Playstation Store, dann seht man hier schon rechts die monatlichen Spiele, jetzt erhältlich, klickt man einmal drauf, dann sieht man hier die Übersicht. Wie wir einmal sehen, Wetsu und Oryx Meshan seit Combat League gab es letzten Monat schon, Wetsu gab es schon mehrere Male, deswegen packen wir die natürlich nicht mit rein. Wir haben hier unter anderem Skyforce für die PS3 sowohl wie die PS4 und die PS Vita regulär 9,99 kostenlos. Gucken wir mal, Addons gibt es in diesem Spiel nicht. Dann haben wir Hu, ein Paket auch wieder für PS4 und PS Vita regulär 14,99, ist in diesem Fall jetzt kostenlos. Hier gibt es ein Paket, das gibt es leider nicht. Mit dazu. Dann haben wir Hustle Kings, in diesem Falle für die PS3. Hier muss man dementsprechend die Version wählen. Vollversion PS Vita. Und weiter einkaufen. So, das heißt den Hustle haben wir schon drin. Machen wir den nochmal kurz mit rein. Und natürlich den mit rein. Allgemein kostenlos. So, dann haben wir nebenbei noch Monster Jam Battlegrounds auf die PS3 regulär 9,99. In diesem Falle ist kostenlos. Gibt es keine Addons. Weiter einkaufen. So, dann haben wir als nächstes die Amnesia Collection. Für die PS4 regulär, also für die PS4 regulär 28,49. In diesem Falle kostenlos. Gibt es auch keine Addons. Dirty in dieser Collection. Mit Pin-Mikro-Konsens. Gibt es entscheidend noch die Collection. Okay. Und dann haben wir zu guter Schluss natürlich noch Metal Gear Solid 5, der Phantom Pain. Und hier gibt es natürlich dementsprechend mehrere Addons, wo zwei Addons kostenlos sind. Und zwar die ersten zwei. Sehen wir auch. Die restlichen sind so bei 1€ hoch bis 5€ glaube ich. 7€. Und naja, die braucht man nicht. Auf jeden Fall gibt es die Kosten zu der Metal Gear Solid 5, der Phantom Pain, Dart Update Version 1.1.0. So wie Metal Gear Solid, der Phantom Pain, MGO Game Data Version 1.1.0. Hier holen wir ein Stück mit rein. Und natürlich den Metal Gear Solid 5 regulär 1999. Im Falle jetzt natürlich auch kostenlos Einkaufswagen anzeigen. Regulär würde dieses Paket einen Preis haben von 93,45. In diesem Fall werden 93,45 abgezogen, sodass es bei 0€ sind. 0€, 0 Cent. Dann natürlich auf Bestellen. Denn Bestellen und Bezahlen. Den kommt natürlich wieder der Kram. Den fülle ich natürlich erstmal wieder aus. So, nachdem wir den natürlich auf Akzentieren geklickt haben. Kommt dann USB-Beschätzung. Vielen Dank. Klickt man einfach mal auf Wortfaden. Hier steht auch schon in Zwischensimme 0. Rabatt 93. Und dann schwupps haben wir alles hier drin. So, an dieser Stelle bedanke ich mich natürlich auch fürs zugucken. Das waren die PSN Spiele, die PSN Plus Membership Spiele für den Monat Oktober 2017. Ich bedanke mich fürs zugucken. Und wir sehen uns dann in vier Wochen am 3.11. bzw. 4.11. für den Monat November wieder.